Neu bei Vox. Mein Name ist Oliver Queen. Fünf Jahre lang hatte ich nur ein Ziel. Zu überleben. Zurück im vertrauten Leben. Ich hab's immer gewusst, dass du noch lebst. Ist nichts mehr, wie es war. Was ist mit dir auf dieser Insel passiert? Viel. Die Männer und Frauen, die ich im Visier habe, sind gefährlich und korrupt. Für mehr Gerechtigkeit. Sie jagen die Bösen mit feinen Bogen. Bricht er jede Nacht das Gesetz. Wieso verbergen sie dann ihr Gesicht? Um die zu schützen, die mir wichtig sind. Ein moderner Robin Hood? Wow. Das hört sich nach jemandem an, der mich interessieren könnte. Die neue Action-Crime-Serie. Arrow ab 16. September bei Vox.